Eine rosa Fee fickt eine Blume in die Schuhe. Oh! So! Der Bart! Der Text von Nadine und mein Text. Äh, fuck. Äh, die Hälfte der Zeit ist rum. Okay. Oh, es klingelt. Hallo. Oh, das ist der Einzige, der sich freut. Äh. Willst du mich verarschen? Ich wette, das ist von Slow und ich hasse dich. Das ist aber... Oh, lol, die Härte. Aber, wer auch immer das war ich. Ich glaub, du hasst mich, Snappy. Fängst mit A an. Ja. Ja. Ha, 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 ja. Dammit. Mann, wir dürfen keine Person malen. Das tut mir jetzt schon so schrecklich leid. Mhm. Oh, no. Ich weiß nicht, wie ich's malen soll. Das ist total schwierig. Du Kacke, Alter. Ich bin richtig lost. Ich auch. Ich auch. Also, bei mir geht das Thema direkt weg. Weil ich einfach nicht weiß, wie. Das ist ein bisschen nice, Alter. Ich kann nur googeln. Ja, ich bin auch sehr zufrieden diesmal. Diesmal bin ich sehr zufrieden. Das ist das Problem. Hm. Nein. Scheiße. Das ist jetzt aber wild. Auf dem Foto hat der... Ähm, was? Was? Ist das was was... Was? Was? Bei meinen Fotos von Diana... Diana Jones hat der ne Knarre. Ist das sehr minimalistisch gut. Wow, Alter. Ist schon ein bisschen pervers, ne? Was? Was? Das muss ich googeln. Wer ist das? das verschlimm bessern 101 was ich gemacht ich glaube die runde wird ja ja schon es geht noch da kriegen wir noch was ich weiß jetzt nicht ob das genommen hat okay ich weiß nicht was das ist so mir gefällt das thema wie sieht denn ein spatz was ist das ich habe irgendwas gelöscht zum korrigieren ich weiß nicht was da auch für quatsch zusammenkommen schafft endlich den 1440 grad ich dachte zuerst in einer skatboardbahn viermal ich habe einen skatboard profi ich war so lust alter ich wusste echt nicht wie deutlich soll ich machen oder hat mir das 10.830 skates guckt ja die dreist mit das oh ok 360 grad skateboard tricks echt bei mir ist es dann auch noch eine aber das war ok kickflip sagt ich dir kann auch ein heelflip sein ich höre wieder auch einen sonnigen tag oh schön ja finde ich gut easy das gilt ein echsenmensch aus dem wenn in der hoher erde ich war komplett überfordert es tut mir leid ich bin gefangen es kam zu mir ja bleibt bleibt doch alle cool oh ist das schön aber es ist kein echsenmensch ja das tut mir leid könig günther bereist die welt auf der suche nach wurst ach schade ich will ja nicht meckern aber ich habe mich richtig auf echsenmenschen zeichnungen gefreut die hat sogar einen schatten ey komm die bilder sind nah die bilder sind nah oder nicht so weit voneinander weg geko sucht nach der braunen bohne auf der welt ey komm wir sind noch nah dran wir sind noch nah dran aber jetzt haben wir plötzlich eine harschel trinken fragwürdigen becher auf die welt ach das war der oh krass dann muss ich ja braun immer wohin damit ja jetzt verstehe krass krass vor dem der fragwürdigen becher ich wusste nicht mehr ich wusste nicht mehr frosch mit einem cup auf fragezeichen zwischen hinterbeinen aber der hat sogar eine wölbung am bauch dass er schwanger war oh lol ich glaube ich kann das heucheln ne ane ja die als höllen fürst oh gott ach das ja ich hab mir müh ja ich hab keine zeit mehr okay ich hab's jetzt schon verkackt dann noch mal was anderes der hölle auf jeden fall gut der spatz aus der hölle da fehlt mir das rosa so ein paar details gut okay vogel fliegt an hot rot kartoffel vorbei ich wusste nicht mehr was ist denn der hot rot kartoffel oh mein gott ne das hätte ich nicht ja heißen kartoffel gemacht ja kann man nicht erkennt kanarienvogel flieht vor gigantischer wilden kartoffeln aber flohle hast die kartoffel erkannt geil ja fisch auf einer sonnenliege mit martini ich verstehe ich find's immer lustig dass alle diese dieses erkenntnis haben was sie eigentlich ja hier alle wir gucken mal ja der fisch kam durch ja ja das geht noch ist immer noch ein fisch ja meiner liegt jetzt nicht unbedingt mehr oh nein ich hab das von der sonne vergessen deswegen wurde sie noch in den letzten zwei sekunden dazu gepinselt ach das stimmt cocktail im meer ja 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 ok nadir wir haben die nein wir haben die selbst in die hand genommen so floh was hast du der ist halt starker raucher cocktail im m ja im meer aber ich hab's nicht mehr geschafft ja ja nice ein fisch trinkt aus einem sektglas gift ah stimmt ja indiana jones rennt vor einem felsen dach das habe ich nirgendwo gesehen das kam nie bei mir ich wusste gut wie indiana jones aussieht aber das habe ich das kenne ich nicht die indiana jones aussieht nein das habe ich gelobt das ist nämlich so fett gewesen indiana jones wird von einem rollenden stein verfolgt oh nein ich sehe die kinderbocker ey ich bin so stolz drauf aber jetzt weiß ich endlich welches bild das wird ja same 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 mexikaner mit großem sombrero und kartoffeln in der hand nein was nein er hat sogar den schatz in der hand mexikaner mit kartoffeln mexikaner mit kartoffeln mit käse mexikaner mit kartoffeln mit käse Floyd verkleidet als Barney der Saurier Oh man, das war so toll, wie der Barney der Saurier ist Hä, was soll denn das gewesen sein? Du bist nämlich immer schon großer Fan gewesen Entschuldigung Flo war glücklich in seinem Furry-Kostümmen Aber Flo ist noch immer im Game Aber das wird das, Alter Es nimmt keine gute Wendung für Flo Ah, das F steht für Flo Squirrel Girl, Alter Das ist sowas von Squirrel Girl Sorry, kann zwei Genki-Damas Krass Ja, Olli Yes, Baby Das ist aber dann wieder bei mir gescheitert Gewichte heben im Furry-Kostümmen Sexy Genau Oh Jetzt schäm dich aber Mit dem Sexy Das ist ein Einhorn Also ich behaupte die Mehrheit Stief Aoki wirft Torte in die Kraut Ja, ja Und ich sag dir auch wo Ich sag dir auch wo Ja, genau Alter, aber ganz ehrlich Tomorrowland, die Farbgebung und die Haare Ich wär auf Aoki gekommen Diese wirft eine Torte ins Musikum Tomorrowland Festival Okay Tag nur DJ schmeißt Torte von der Bühne in die Crowd Das geht ja, Alter Das war geil Von der DJ ist die Torte da, es geht das Ja Also auf jeden Fall ist das Oh ja, da ist das bei mir Ähm Ja 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 Oh Loll Loll, wenn auch dieses Soundding direkt immer im Radio ist Ja Das ist gut Ja, das ist mega Ja, das ist mega Der Avisur Ja DJ ist Epi bei der Arbeit Welche Epi Geil Er hat einen Satz über seinen Namen Hallo Wollte mal schauen, was die gute Nadim gezeichnet hat Oh Gott Ja Oh ja Oh ja Oh nein Oh nein Ich hab mir so Mühe gegeben Oh Oh Stark 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 Ne Fehlbefehlblume Okay Richtig, richtig Ja Und ich hab Ich hab auch Ich bin direkt voll eingestiegen Oh ja Oh ja Oh ja Oh Oh Ich hab's nur noch Ich statisiere mich Oh Oh der Arme Hinter Sweet Der Blume gefällt's Hahahaha Ich käme gar nicht auf die Idee Von einem Zeichen Verschiedene Fähigkeiten Oh 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 Das war so klar, dass wenn das bei Snappy landet, dass das wieder so ein Unschuldsding wird Unkassbar Ja Ein Fee bestäubt eine Blume Oh Oh Fee sind bedeckt aus Blüten Ja Musik 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 Musik